In deinem Traum kriegst du sie hören Es ist dich gemächtigt gegen dir Ob du gewinnst oder verlierst Welchen Weg du gehen wirst Es liegt ganz bei dir Dieser Traum Oida, was geht ab Leute, der Hung hier mit Tatj am Start Wir sind hier gerade Hofgarten, aber da bleiben wir nicht lang Ihr habt es gesehen, krasse Tour gestern Richtig krasse Tour Nochmal Shoutout an Philipp und seine Map Der ist heute mit dabei Und natürlich noch Shoutout an RSG, die das ermöglicht haben Okay man, alles klar Natürlich man, die ist krass Heute machen wir wieder eine kleine Tour Wir warten noch auf Dimi Wie immer kommt er als letztes Erstmal auf zum Trattini Nee, da, links Das kannst du mir fangen, ich will hier nicht weg wegen meinem Ding Wegen dem Auto Die zwei Trattinis fangen schnell für Tati Und dann gehts weiter Wir wurden gerade von dem Trattini unterbrochen Das habe ich schnell geholt Wir machen jetzt eine kleine Tour mit dem Philipp Die hat diese krasse Map erstellt Die ist echt zu krass Die ist echt zu krass Nutzt sie auch so lange die noch geht Und unterstützt sie Die ist viel krass Erstmal war es ernst lustig Dann ist die Map nicht gelaufen Dann zum Schluss Dann haben wir abgebrochen dann die Tour Und dann haben wir dann die Anderen Maps sozusagen genutzt Mit den normalen Bots und so Mit 1,5 Kilometer Radiusumkreis Und dann sagt dann der Nappen Auf einmal so Willkommen zurück in der Steinzeit Ich habe mich so kaputt gelacht Von krass auf echt scheiße man Das war echt brutal Die Map ist zu krass man Dimi ist endlich da Los gehts Dimi ist endlich da oder Wir holen den noch ab Also mach mal früher als 3 3 zu spät Und dann kommt es auch halb 4 Echt lächern Philipp ist jetzt da Jetzt kannst du los gehen Aber die anderen Leute schreiben grad Dass die Seite nicht geht Muss ich gleich mal mit dem Hier ein ernstes Wörtchen reden Er weiß von nix Er weiß von nix Also gehts Doch wenn es Feier oder Die Map geht anscheinend wieder Aber gab nichts spannendes Auf der Karte Feier oder dem Drahtenpult Wir fahren zu ein paar Trattini Tragonius Ja Reicht doch Ja Hier Okay Spiel gleich Ja Und dann fahren wir wieder weiter Heute gehts Zeig das du walkie talkie tattest Was? Zeig das walkie talkie Wir sind jetzt wieder im Spiel meine Freunde Weiter gehts Ich seh schon dass es da wieder ein langer 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 Tag ist Aber ich will eigentlich da Hey Letzten Festermalgo bis 3 Aber echt Ja jetzt haben wir länger gemacht Ja aber auch nur weil die Map down war Genau Ostpark Oh mein Gott wie lange? Oh mein Gott nicht Ostpark Alles außer Ostpark Jungs relaxo am Ostpark Fährst du vor oder was soll ich vor? Ist auf dem Weg Ähm Ist auf dem Weg Ist auf dem Weg Ist auf dem Weg hat das Philipp gemeint Nehmen wir Trattini erst oder? Ja Trattini beim Bordeauxplatz Da waren wir schon lange nicht mehr Schuss Nabni Und dann Galaxo Ostpark Fährst du vor? Ja Ja Echt traurig man Sollen wir direkt oder sollen wir mit Trattini? Ja wir fahren jetzt Trattini schaffen wir oder? Ja 35 Minuten Philipp meint erst Trattini und danach gleich ähm Relaxo schaffen wir beides Los fahren Eine Sekunde Soll ich jetzt? Zwei Galaxo sind gespawnt Oh mein Gott Trattini fast liegen gelassen Fährst du vor Auspark oder was? Ja Ich brauch Adresse Jetzt direkt hier Beim Pokestop Habst du schon? Nein? Nein Ich glaub ich muss bis hin Ich glaub ein bisschen rein Ja Ne das ist es Oh Ich hab's noch nicht, ich hab's noch nicht, warte Super saftig Hast du schon? Nein, beendet Nein Oh mein Gott man Hab's jetzt Oh mein Gott ich glaub ich muss aussteigen Ne es ist direkt an der Strasse Muss ich aussteigen Es ist direkt an der Strasse Oh mein Gott Dimit zieht uns runter Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Einer muss es für mich fangen Ich fang schon Ich muss Ich muss gleich weitermachen Zwei Handys Zwei Galaxos Oh mein Gott Direkt weiter zum nächsten Galaxo Level 26 Oh mein Gott du hast keine Bären Wo hast du schon geworfen? Ich hab's schon geworfen Zwei Vier Zwei Vier Das ist die Sinne nicht gewöhnt Was Zwei Vier? Der 26er Er hat halt eine 26er Frau Und der hat das mit Zwei Vier gefahren Okay jetzt nur was Fakt ist jetzt so knapp Mein Gott bei mir ist geschlupfen Echt jetzt? 400 Meter auf der rechten Seite Müsst es kommen Links Linke Seite Entschuldigung Links Alles klar Du musst mal weiterfahren An einem der hintersten Stops Du musst weiterfahren Oder ist mir hier Schlangen die da vorne Wird der schon angezeigt? Ja Wird der schon angezeigt? Ja Wird der angezeigt? Wird der angezeigt? Boah Ich seh gar nicht, ich zieh mal einen Stopp hier Ich meine, der NDR platte, du musst ihm unbedingt transport geben Oh mein Gott Wie weit noch? Jetzt ein bisschen Ja Der jetzt hier, oder? Der Spotter Ja, theoretisch schon Nein, ich würde jetzt hier links sein Oh mein Gott Linke Seite Von der Linke Seite Linke Seite Von der Linke Seite Wie wird der nicht mal angezeigt? Wie wird der nicht mal angezeigt? Wie wird der nicht mal angezeigt? Sehr schön Hallo Hast du ihn, Philipp? Mit beiden Noch nicht gefangen Mein letzter Hyperball Mein letzter Hyperball Oh mein Gott Oh mein Gott 2-1 Juhu Hier ab, man Relaxo, my friend What's going on? Wieso gibt es keine Relaxo-Medaille, oder? Oh mein Gott Das ist Hauptsinn der Ramas Ich kann nicht mehr überwählen mehr Jawoll Kurze Verschnaufspause hier Demi, hast du? Ja man Du hast Scheiße, das ist ja der Perle wirklich zu haben Ja Hast du ihn? Das ist so schön Warte Ich hab echt schlechte Erfahrungen mit Michael Elibard Ja Mann, ich auch Noch ein Relaxo Oh mein Gott Genau wieder dort Michael Elibard Oh mein Gott Heute früh Nur Lapras Jetzt nur Relaxo, Alter Zweite Chance Für mich Dimi Gib mal den Internet Bitte Ja, warte Das ist böse Das ist böse 15 Minuten Und Der Neue hat Chickman Nuggets mitgebracht Wer weiß Wer uns Gefreundschaft gewinnt Die Map reicht doch nicht Ich hab leider nichts verstanden Weil die hier alle viel zu laut sind Die Map reicht nicht Aber die Nuggets schon 14 Minuten brauchen wir Und es ist noch 25 Minuten da Und ein neuer Labgas ist aufgetaucht Oh Gott Oh yes Auf gehts Gelaxo, Labgas Es geht wieder auf Nächstes Ziel Labgas Dann zu Gelaxo Und da ist noch ein Gelax aufgetaucht Also zwei Gelaxos Dann muss ich entscheiden Ah, es ist bei der Kirche Heiligblut Das ist beim zweiten Stop von links Also der hintere Ja Also wir müssen wahrscheinlich sogar links einfahren Und Komm, fahr vorbei, Mann Tati wird aggressiv Bei Lapras werde ich echt aggressiv Das ist gut Ich hab's noch nicht Ich auch noch nicht Noch ein bisschen vorher Ja Perfekt Echt jetzt, Mann Ja Wir haben keine Zeit Wir wartet jetzt Park 800 Polizei tot Scheiße Bei dem Low Left hab ich immer Route 1,8 8,64 Das klappt noch Wartet kurz Oh mein Gott, die Polizei wollte kurz anhalten Oh mein Gott, großartiger Brot Hast du's? Warte kurz, Tati, warte kurz Ich bin grad drin im Spiel Es kommt Yes, first try Mua Ein Lieber, Bart Ich liebe dich, Alter Oh mein Gott, wo ist es? Super saftig Okay, wir können fahren Top Oh mein Gott, schlechte Bewertung Gleich verschicken, Alter Warte doch Für Event Behalt doch, eventuell für Event Behalt doch die Sachen Ja Du hast auch nie Platz Kein Bock, Alter Auf geht zum nächsten Galaxo Der Entwickler der Seite hat gesagt Oh mein Gott, die Seite geht nicht Sowas will man natürlich nicht hören Geht wieder Es geht wieder, alles klar Kein Stehen, das ist super Was braucht man eigentlich um die Seite zu perfektionieren? Zeit Also dass man sagt zum Beispiel, dass man echt ganz genau weiß, IV und... Achso, das meinst du ja, das ist noch schwierig, gell? Ja, es geht gut, aber du brauchst halt noch mehr Bots und damit noch mehr Accounts Interessant Und noch mehr Boxes Und wie bekommst du das? Noch mehr Server, Geld Und wie viel braucht man da? Also Spenden, Leute Wie viel braucht man da? Für die IVs jetzt? Überhaupt so, um halt mal so ein bisschen das zu verbessern Auch den Radius auch ein bisschen vielleicht Oder... Wobei Radius ist nicht so wichtig, aber... Doch, doch, gerade schon Ein bisschen noch Ja, zumindest aber Ich will doch sagen, die IVs Da kann man immer gucken, zu wem man am besten hinfährt, weißt? Ja, ich würde mal sagen, so 2, 300 im Monat Das ist gut Alles klar 2, 300 im Monat 2, 300 im Monat Ja, das ist, ne? Das ist... Ja gut, aber es benutzen so viele Leute Wenn jeder einen Fünfer geben würde Weil das ist ja locker machbar Locker In der Theorie ist das immer so, Mann In der Theorie ist alles machbar In der Theorie kann man auch den, äh... Ich habe jetzt 1.800 Müse Ja, schau Wenn jeder einen 50 Cent geben würde Ja Wird sich auch reichen, ne? So ist das, Leute Oh mein Gott, da sind die anderen Noch welche? Oh, das haben wir schon einige nicht, ne? Viele kommen echt von außerhalb? Nächstes Gelakso Tati sucht Fucano Die mir jetzt pissen oder so Aber endlich mal Pause Was ist denn deine Idee dazu? Philipp, ich investiere sogar, ja? Ja Man muss einen Searcher eingeben Dass ich zum Beispiel Fat But Famous eingebe Oh mein Gott, Alter Und du zeigst mir dann alle Arenen, wo er drin ist, oder? Oh mein Gott, ich investiere sofort, Mann Das kann ich schon machen Oh mein Gott! Oh mein Gott! Scheiße, Mann Oh mein Gott! Ey, wenn die Kohle stimmt, dann mache ich das schon Oh mein Gott, Mann Oh mein Gott, Mann Mit Tati ist es egal, wie viel es kostet, Mann Ich gebe es dir, Mann Dann gebe ich den Namen ein und dann Servus Ciao, Dimi, Mann Okay, Mann, offiziell Yu-Gi-Oh-Spieler wieder, Mann Es geht nicht Mit Tati, es geht nicht, Mann Wenn ich es überhaupt erstmal kriege, oder den Scheiß Oh mein Gott, was ist das? Er so, ich bin 24p und Er ist ausgebrochen Okay Okay, ich habe es auch mit Pokéball aufgereicht, oder? Super soft, Dicke, oder? Oh mein Gott, ich fand das Hodu noch Das ist schon super selten Und jetzt? Und jetzt? Genau, Jungs, was machen wir jetzt? Jetzt geht, Gott, nichts Erfinder? Stellen wir mal ein paar Fragen an den Erfinder Du, gar nichts Nicht mal Trattini Hast du ein paar Fragen, Tati? Ja, Trattini ist doch gut Fragen? Du warst doch früher immer der Interviewmaster Achso Ja, ich finde es bemerkenswert Wie bist du eigentlich auf diese krasse Idee gekommen Und wie hast du es eigentlich umgesetzt? Wir haben ein neues Ziel Oh, wir haben ein neues Ziel Haben wir? Hat er gesagt, oder? Ob wir ein neues Ziel haben? Ja Gab nicht, ne? Leider nein Philipp hat leider auch kein neues Ziel Du hast die Frage gehört, Philipp? Ja, also ich habe es schon immer bewundert, wo es fast Pokémap gab Pokévision? Das ist auch Ja, Pokévision, fast Pokémap ist sehr gut Aber du musst aber trotzdem immer scannen Und es wäre halt cool, wenn man es einfach alles schon auf der Map hat Für eine kleine Stadt Wie München Und ich habe es damals schon geschafft Aber es war kurz bevor dann dieser Wechsel von der Abi war Dann war es wieder da Und jetzt habe ich halt wieder so zwei Wochen investiert Ein bisschen Geld investiert Und der Reiz war da alles zu schaffen Und dann auch zu nutzen Dein Hintergrund, also woher hast du überhaupt das Wissen dafür? Ja, genau Ja gut, ich habe Informatik studiert und arbeite halt als Informatiker Da kämpft man sich ein bisschen Nicht schlecht Wie bist du zu Pokémon gekommen? Werde ich durchlöchert Ja, aber ich habe auch früher immer viel gespielt Und das ist schon eine Weile her Und irgendwie Kumpels haben angefangen Eine Woche nach Release Und dann dachte ich ja, warum nicht? Ah, da kommt ein Bus Ja, das ist klar Und es reizt mich halt immer so ein bisschen draußen zu sein So ein bisschen zu verbinden mit dem Alltag Genau und so Ja, das macht schon Spass Heute kennenzulernen Ja, so wie wir uns hier Deine Pläne für die Seite Deine Vision Eine Vision Eine Vision, ja Dass es weiter läuft überhaupt Dass es stabiler wird Der Radius erweitert Und der Premium Service für Tati Ja, den will ich definitiv haben Oh mein Gott Oh mein Gott sag ich dazu nur, Mann Wahrisch Platz 4 ist doch nicht mehr so weit Von wie ich hier fährt, Mann Klingt gut Hoffen wir mal, das wird durchgesetzt Ja, Mann Aber zu dieser Seite Die ist echt brutal Also ohne Scheiß Die ist echt der Wahnsinn Viele außerhalb von München Von Fürstenfeldbruck Von Gauting Von Schieß mich tot Heute kommen alle Fahren nach München Um diese Seite zu checken Und hier einfach zu scannen Und hier einfach zu scannen Und die krassen Pokémons zu holen Einfach nur brutal, Alter Nicht nur Pokémons, Mann Arenen kann man scannen Ja, alles Und Lockmodule, Mann Das ist echt unterschätzt Ja, Mann Und bald auch noch Namen in den Arenen Oh mein Gott, Mann Mach's gut, bis zum nächsten Mal Oh mein Gott, Jungs Greife die gelbe Arena an Aufstehen Habst du noch Platz? Philipp, ciao Man sieht sich, hört sich Hat Spaß gemacht Ja, bitte der Ciao, Jungs Ciao, Jungs Oh mein Gott so jungs was geht ab jetzt was soll ich euch rauslassen da hinten ist ein großer platz das war's heute heute das war's heute die anderen jungs machen natürlich wie immer weiter wir haben Philipp jetzt bei denen gelassen und für uns rechts ist schon ein paar Galaxus ein Lapis glaube ich ich kann mich nicht mehr erinnern das waren zu viele check die Seite ab, die ist echt krass, unterstützt sie das war's von uns es war natürlich doch nicht aus von uns es geht natürlich immer weiter, wir wollten gerade fahren, haben uns verabschiedet Lapras ist gleich hier, ich fahr euch hinterher weiter geht's, weiter geht's oh yes Lapras wird bereits angezeigt habt ihr eine Ahnung an welchem Stop? ja, da die hier der hintere wir müssen jetzt gleich da sein oh mein Gott da sind schon die ersten kleinen Juden oder? ja, hier ist er auch schon, perfekt ah, da ist er schon keine Probleme, kein Lag er ist einfach da ja, Mann, er ist einfach da 2,280 super oh mein Gott, 2,280, Alter schöner Abschluss für den Abend oh mein Gott, bitte bleibt mir heiß, Lapras oh mein Gott, Lapras wird wieder eine Million Kilometer entfernt, Alter also ich schick dir ein Foto, eine Postkarte, Alter, so eine Whisky-Boot, Alter bitte schick mir den Hyperball mit per Flugzeug, Alter oh yes, erster Wurf oh mein Gott, es hat sich befreit erster Wurf, ich check die Alpes für euch, Jungs oh mein Gott warte, ich kann nicht immer so weit werfen, Alter super saftig, erster Wurf, Lapras oh mein Gott, zweiter Wurf mit Beere immer noch nicht drin die Jungs leiden ich krieg immer den ersten Wurf geregelt, Alter oh mein Gott ich hab schon 10 Bälle verschwendet oh mein Gott ich hab nur noch 4 Hyperbälle das wär jetzt bitter bei Lapras, Mann oh mein Gott, das hüpft da, Alter wie kannst du hüpfen, Alter, schau dich mal an die Medaille doch nicht oh mein Gott, jetzt bleibt doch drin, Mann okay, es ist gleich rausgekommen, oh mein Gott ich kann nicht werfen, Mann ich check's gerade gar nicht, Alter oh mein Gott, leidet's doch nicht, Jungs was ist hier los? ich krieg nicht mal, ich krieg ja, wie sind die erwies, Hong? magisch oh toll aber ich will's trotzdem haben ja, 2-2 ist schon saftig, Mann ey, mein Ding ist end schlecht, gerade mein Bildschirm, Alter oh mein Gott, ich hab's mit Superball gefangen super saftig, Alter ey, ich krieg nicht mal den Scheiß jetzt hier das ist keine Angst, es läuft dir schon nicht weg, Alter oder vielleicht doch ja, vielleicht wahrscheinlich nicht, weil wenn ich nicht mal wenn ich nicht mal den Scheiß fange, Alter treffe, Mann oh mein Gott oh mein Gott ey, das ist, oh mein Gott, ich rolle noch, Alter oh mein Gott okay, so direkt noch an der Flosse so ganz knapp noch an der Flosse getroffen so ganz knapp noch an der Flosse getroffen ich glaub, ich glaub, wenn der entkommt Dimi kann nicht zu Fuß nach Hause Dimi wird der nie wieder bei mir mitfahren, oder? und ich investier direkt bei Philipp, oder? das ist geil Leute, ich kann nicht werfen, Mann soll ich machen? nein, ich brauch irgendwas zum abwischen gerade Gipär, ich fangst du sofort ich brauch was zum abwischen, Mann oh, das schaut das mal an Gipär, ich mach schon okay, Tatis, ich mach Cheat, Alter ey, ich kann nicht werfen, Alter ey, ich mach schon hau ab, Mann du hast echt Dinge, Alter ja, dann wirf du lieber, Alter ja, mach ich auch ich hab auch noch 35 Bälle mir ist scheißegal gleich hast du keine mehr, Alter, Mann das ist mir auch egal ich glaub echt keine mehr, Mann Tati läuft bei dir ey, das gibt's doch gar nicht, Mann Tati echt gut, Alter oh mein Gott schau mal wie gut die alle sind, Mann die sind alle end kurz, die Bälle ich bin glaub echt glücklich, Alter schau wie Tati leidet, Alter ich werf grad echt end ey, schau mal das an ja, du wirfst wie du spielst, Alter end schlecht, Alter ich brauch jetzt, ich muss das kurz abwischen, Alter ja, jetzt guck die ersten Sachen so das Licht war nicht gut genug, Alter ja, genau oh mein Gott, hat noch ein Ball verschwendet, Mann nee, hab ich nicht doch nee, hab ich nicht doch, da ist ein Neuer gekommen jetzt, jetzt, jetzt hab ich ihn verschwendet jetzt hab ich ihn verschwendet schau das mal an, Alter oh mein Gott, Tati, Mann richtig erfolgreicher Catcher das gibt's doch nicht, Mann oh mein Gott gib her, ich fang's doch gleich beim ersten was ist da los, Tati der ist echt krass, Mann, gerade das gibt's doch nicht, oh mein Gott gib's mir, gib's mir fang mal oh mein Gott, Dimi okay oh komm, Filme komm bei dir haut, oh, schau mal wie am Ball verschwendet, Alter ich hab noch gar nicht benutzt, Mann der ist er doch warte okay lass ihn erstmal seine Attacke machen oh mein Gott, was war das, Mann warte, warte das war mein Fehler okay, was ist denn das oh mein Gott das hab ich den Tag getroffen, die ganze Zeit schau okay, dann liegt's echt nicht an Tati, Mann warte ja sag ich doch, gib mal her gib mal her, Alter warte kurz er hat echt bald keine Bälle mehr warte, ich probier's mal hast du Bede schon geworfen? ja er hat nicht mal getroffen doch, einmal hat er getroffen einmal hat er getroffen, hier an der Flosse warte, ich probier's noch einmal dann geb ich's dir wieder nein, das liegt am Handy, Mann okay, das liegt echt am Handy das sag ich doch die ganze Zeit, gib mal her oh mein Gott das liegt echt am Handy gerade okay, was machst du jetzt, Mann was weiß ich, Alter oh mein Gott, ich muss mit dem Ding hier werfen, Alter okay, Mann, tu die Hyperbälle weg du verschwendest die Hyperbälle, Alter scheiß auf Hyperbälle, Mann relaxo oh mein Gott es geht weiter er kennt gerade das Abgas nicht ich fang nicht, ich fahre nach Hause, Alter schau mal an, hey relaxo es da wo ist es? ist es nah wie weit ist es? wie weit ist es? Joghurt, du machst das ich hab jetzt glaube ich 30 Bälle verballert gerade bei dem, oder? Labgast Tati leidet noch wie lachst du in der Zwischenzeit gekommen, aber ich glaub zu dem nicht mehr ich krieg das nicht mehr ich krieg das nicht mehr 14 Minuten wo? Hardener Stern Hardener Stern Hardener Stern das kenn ich nee willst du da noch hin, Tati? nee okay nee nee wie geh nicht mit? ja eben auch so scheiße jetzt aber los hier jetzt check ich grad echt nicht mal Tati geht bis an die Grenzen einfach wo seinen letzten Ball ich check das gar nicht ich hab's auch grad ausprobiert also irgendwas ist echt komisch mit dem Screen endlich ein Treffer endlich ein Treffer tot tot dann hau wenigstens ab du scheiß Kind, oder? ich mein ich war schon einmal hart am Limit, oder? wo ich in Tunesien war oh mein Gott Spiegel-Elektor-Treffen oh yes endlich ein Happy End für das Video nach 50 Spellen das war's von unserer Tour zum Glück am Ende noch ein Happy End für Tati dementsprechend auch für uns check die Seite ab, die ist richtig krass Link ist unten in der Beschreibung Shoutout und Danke an Philipp in der Zwischenzeit seitdem das Video gedreht wurde hat er auch die IVs eingeführt also bei manchen kann man jetzt die IVs sehen richtig krass also er arbeitet konstant an der Seite und die wird immer besser einziges Manko das fehlt ist noch dass es nicht bis zum bis zu mir zum Hasenberg erreicht ansonsten echt coole Seite äh schreibt unten in die Kommentare wie ihr die Seite findet sonst will ihr mal liken, subscriben, kommentieren checkt unsere äh andere Videos ab checkt unsere Facebook Seite ab vergesst nicht Pokemon is serious business